Heute spielen wir das brandneue Roblox-Spiel Random Friends. In diesem Spiel sind wir in einer bunten Spielewelt eingesperrt und werden von verrückten Monstern verfolgt, die versuchen uns zu erledigen. Oh mein Gott, da ist er! Wer ist er? Oh mein Gott! Wie in den Rainbow Friends müssen wir Items finden, um diesem Ort zu entkommen und das Spiel zu zerstören. Eingesperrt und... Wow, was war das? Schaffen wir es, den brandneuen Random Friends zu entkommen und das Spiel zu beenden? Los geht's! Heute spielen wir das brandneue Roblox-Spiel Random Friends. Oh, hey, hier drüben. Wer ist er? Oh nein, er ist eingesperrt und was? Dieses Spiel ist eine Falle. Die Kreditkarte meiner Mutter wurde abgelehnt, also haben sie mich ins Gefängnis geworfen. Oh, das hört sich nicht gut an. Finde die Schlüssel, um mich zu befreien. Ich werde jetzt zeigen, wie es kommt, aber sei vorsichtig. Oh, was macht er da? Ja, das ist kein normales Spiel und was meint er damit? Oh mein Gott, wir müssen jetzt befreien. Freunde, wir spielen heute das brandneue Spiel Random Friends. Ey, yo, wer ist er? Ist das ein Ei? Und dieses Spiel ist angelehnt an die Rainbow Friends. Auch in diesem Spiel müssen wir Items finden. Ihr seht es oben. Wir müssen insgesamt zwölf Schlüssel auf jeden Fall finden. Und wir sind hier eingesperrt in einer Map. Und hier soll es anscheinend Random Friends geben. Und, ähm, hallo? Oh, was ist das? Ist das etwa ein Random Friends oder so? Oh, hier war ein Schlüssel. Den habe ich fast übersehen. Oh, wir kommen jetzt sogar Backstage oder sowas. Freunde, das ist wirklich das brandneue Roblox-Spiel. Und wir werden alles in diesem einen Video durchspielen. Und uns sogar, wow, das Ende freischalten. Was geht ab, Nemo? Ey, yo, Junge, Leben lieber. Hallo? Ähm, ha, ha, hier ist einfach Haie. Und so ein Riesen. Ey, yo, Aquarium, Junge, die glüppchen mich richtig an. Mit ihren glüppchen Augen. Okay, aber ich würde sagen, bis jetzt habe ich noch keinen... Oh, man hat es gegeben, Platilaut. Was ist das hier? Ähm, hallo? Oh, wir können hier Pets im Blader spielen oder sowas. Oh, und die kann man also Pets oder irgendwie sowas bekommen. Also Haustiere. Aber ich glaube, wir selber können hier auf jeden Fall nicht spielen oder sowas. Alles klar. Und, oh mein Gott, wer ist er? Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Random Friend. Junge, wer ist er? Wir haben hier ein bisschen Cheese. Aber, oh, oh, okay. Leute, alles gut bei euch? Wir erkunden erst mal die App. Und dann würde ich sagen, wir müssen erst mal Schlüssel suchen. Wir können auch hier so sneaken. Oh mein Gott, was ist hier für ein Bereich? Ey, yo, hier sind... Oh, das ist ein riesengroßes Spieleparadies. Ihr seht es. Aber, Freunde, wie bei den Rainbow Friends gibt es auch hier die Random Friends, die sich hier irgendwo verbirgen und probieren, alle zu erledigen. Okay, alle sind sich auf jeden Fall am Spielen. Hallo, hast du den Kopf gestoßen? Frohe Weihnachten, mein Lieber. Wer ist er? Oh mein Gott, da ist er! Wer ist er? Oh mein Gott! Renn, 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 nein, 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 nein. Oh mein Gott, kann er hier rein? Yo, was war das? War das ein Ei? War das ein Ei? Das war einer der Random... Oh nö, oh no, oh no. Das war einer der Random Friends. Okay, kommt hier nicht durch. Oh! Junge, ich dachte, wir werden woanders... Ich dachte, wir werden mitkommen. Okay, Junge, was hat der denn Pimpers an? Was ist das? Okay, jetzt ganz vorsichtig. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Junge, ey, Junge, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nicht mehr raus aus diesem Lüftungsschaft, würde ich sagen. Da ist er, okay, die Luft ist rein. Die Luft ist rein! Let's go! Wir hauen jetzt auf jeden Fall ab. Oh mein Gott, das war das erste Monster, was wir gesehen haben. Und ich glaube, jede Nacht wird auch ein neues Monster kommen, wie bei den... Oh, Rainbow Friends, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um zu sehen, ob wir diesem Mr. Rüsen-Spiele-Paradies und mit diesem Ei hier, mit den Random Friends, entkommen können. Okay, wir brauchen noch zwei Schlüssel. Und ich habe bis jetzt keinen einzigen Schlüssel gefunden. Ich war echt keine große Hilfe. Aber ich will erstmal hier die Map ein bisschen erkunden oder sowas. Oh, hier gibt es auch so Pets, also Haustiere, Freunde. Okay, wie ein Pet-Simulator, muss ich sagen. Freunde, ich will ein Haustier haben. Ich will unbedingt so ein Haustier haben. Ich würde sagen, zack, wir kaufen erstmal hier ein paar Edelsteine. Let's go. Oh, wir haben alle zwölf Schlüssel gefunden. Alles klar, Leute. Let's go. Das bedeutet, wir haben alles geschafft. Er ist immer noch eingeschmerzt. Wow, was war das? Wir haben ihn befreit. Tolle Arbeit, Jungs. Kein Problem, kein Problem. Man hilft, wo man kann, ey. Kein Problem, Mann. Wir können durch dieses Anzeige-Portal entkommen. Oh, okay, das ist ein Aufzug. Es wird uns in den Bann ziehen. Okay? Spellbound ist ein Spiel, das ist an den inneren... Äh, 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 ich kann nicht alles lesen. Okay, chill. Äh, äh, er liest mir erstmal ein halbes Buch vor. Aber es braucht Sicherung, um zu funktionieren. Ah, und wir müssen jetzt alle Sicherung finden. Okay, Freunde. Das bedeutet, wir müssen immer wieder neue Sicherung finden. Beziehungsweise neue Items. Und ich würde sagen, wir gönnen uns mal... Ich will ein Dino haben. Ich will ein Dino haben. Let's go. Können wir uns ein Dino auch kaufen? Okay, nee. Aber ein Dino reicht mir, Freunde. Let's go. Wir haben jetzt einen eigenen Dino. Wow. Schaut euch mal an. Unser... Lebt der, Juno? Ah. Moi, moi. Was geht ab? Okay, wir haben jetzt die Kollegen befreit hier. Yo, was geht ab? Yo, wer ist der überhaupt? Wer ist der überhaupt? Und wir müssen jetzt alle 18 Sicherung finden. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Ab geht es. Und ich bin so gespannt... Oh. Ob wir auch hier... Warte mal, halt hier. Aber wir können sogar... Oh, hier drunter verstecken. Ich bin so gespannt, ob wir ein neues Random Friends Monster hier sehen werden. Bitte, Bede! Ey, yo, Jogi, was machst du denn hier? Jogi, er rastet komplett aus, dass er hier verliert, dieses Spiel. Okay, aber ich würde sagen... Oh, was ist das hier eigentlich? Oh, wir müssen hier ein Passwort eingeben oder sowas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann die Ausgangstür. Okay, hier haben wir unser erstes Item gefunden. Oh, direkt zwei. Okay, sehr, sehr gut. Okay, da ist sogar das dritte. Okay, Freunde, jetzt müssen wir uns wirklich konzentrieren. Wir müssen jetzt wirklich alle Sicherung... Alle 18 Sicherungen jetzt hier finden, die wir am Start haben. Okay, drei Wunscher abgegeben. Sehr, sehr gut. Und dieses Spiel ist wirklich eine Mischung aus Pet Simulator und Rainbow Friends. Ah, okay, wir können insgesamt nur drei, ähm, haben. Wir müssen jetzt den grünen Pfeilen wieder folgen. Okay, durchs Aquarium hier, let's go, um die Einzelteile wieder zur Brücke zu bringen. Aber, Freunde, hier irgendwo sind die Rainbow Friends. Äh, die Random Friends. Und sie lauern natürlich. Okay, hier haben wir nur noch dieses Ei oder sowas. Äh, okay. Dino, folgt mir. Ah, ja, wie cool ist das denn? Wir können ja wirklich auf der Tanzfläche drauf spielen. I-di-di-di-di-di-di. Yeah, yeah, yeah. Das ist cool. Oh mein Gott! Wer ist er? Neues Monster. Es ist... Oh, wer ist er? Wer ist er? War das ein Donut? Ja! Oh no. Oh no. Oh mein Gott, es ist ein Glücksrad. Es ist ein Glücksrad-Monster. Oh mein Gott, wie bei den Rainbow Friends. Jede Nacht gibt es ein neues Monster. Oh mein Gott. Und er sagt, oh, dreh an mir, am Glücksrad. Junge, wir sind auf einmal die Toilette gelandet. Junge, sogar auf der Toilette gibt's hier. Oh, boah, ich hab mich erschrocken. Sorry, ich wollte dich nicht stören. Junge, er zockt einfach auf der Toilette weiter. Okay, aber, äh, was machst du hier? Okay. Oh, okay, das Glücksrad ist immer noch nicht da. Wir müssen aber hier entlang gehen, glaube ich. Dann müssen wir durch die Tür hier. Um jetzt ganz, ganz schnell hier, ah, let's go. Yo, let's go. Alles sicher zu bringen. Okay, fünf Stück fehlen uns, ne? Fünf Stück. Oh, hier ist sogar so ein Rainbow und sowas. Wie bei den Rainbow Friends. Was ist das eigentlich hier? Was ist das eigentlich hier? Das bin doch ich. Okay. Aha, okay. Werde reich. Und hier ist ein Spiegelei. Okay, ich checke schon. Sogar hier Trolls kaufen irgendwie. Oh, warte mal. Verwicht hier alle Bildschirme, schwarz-weiß. Ähm, Jumpscare. Von, sollen wir mal alle, alle Spieler Jumpscaren? Okay, ich würde sagen, wir kaufen jetzt mal ein Jumpscaren. Ich würde nicht durch Jumpscaren. Ähm, und... Buh! Was? Ah! Jogi! Ey, ich habe... Ich habe Robux ausgegeben, dass ich mich selber von einem... Von meinem... Oh! Jumpscare-Schrecke. Nein, renn. Nein, 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 nein. Nein! 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schnell, wie wir sind... Wir sind im Entkommen. Da ist der. Da ist dieses Spiegelei. Oh, mein Gott. Oh, er hat das Letzte. Er hat das Letzte. Ich bin der Bodyguard. Ich beschütze dich, Mann. Ich beschütze dich. Komm schon. Er hat die allerletzte Sicherung. Und dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Sehr, sehr gute Arbeit. Okay. Das nächste Ziel haben wir auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. Oder irgendwie sowas. Okay. Und hier wird also gesagt, man soll immer weiterspielen. Oder irgendwie sowas. Dass man irgendwann den Big Jackpot knackt. Das stimmt aber auf jeden Fall nicht, Freunde. Und... Ich denke, es funktioniert. Okay. Ich frage mich, was seine Mission ist. Er probiert uns also zu helfen, um zu entkommen. Oh, wow. Oh. Der Strom ist aus. Oh, oh. Ja. Na toll. Lass mich raten. Wir müssen jetzt bestimmt Glühbirnen oder Lichter oder sowas finden. Das könnte funktionieren. Jetzt, dass die Überwachungskameras ausgeschaltet sind, können wir alle Geldautomaten zerstören. Okay. Das bedeutet, wir müssen dieses ganze Spieleparadies also, was eigentlich kein wirkliches Paradies ist, zerstören. Oh, mein Gott. Dass die Leute nicht über ihr Geld hier unnötig ausgeben. Aber, Freunde. Oh. Wie viele haben eine Lampe? Oh, oh, mein Gott. Das ist gut. Ja. Da ist ein Automat. Oh. Wir können jetzt einfach zerstören. Und boom. Oh, mein Gott. Und wir zerstören jetzt alles. Denn, Freunde. Hier in diesem Ort. Dieser Ort ist schrecklich. Die ganzen Leute spielen hier. Und geben ihr Geld aus. Und so. Und denken, sie werden den Jackpot knacken. Aber, Freunde. Aber man kann hier nicht gewinnen. Es ist unmöglich, hier zu gewinnen. Und deswegen zerstören wir alles. Das ist Scam. Man wird hier nur gescamt auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Und wir müssen in diesem Ort entkommen. Was geht ab? Meine Fiche. Ich hoffe, ihr spielt auf jeden Fall nicht hier. An diesen komischen, ähm. An diesen komischen Automaten hier. Hier können wir was zerstören. Aber wir müssen aufpassen. Ich glaube, es wird bestimmt wieder ein neues Monster hier irgendwo geben. Okay. Ist hier irgendwas? Moin, Albert Einstein. Was geht ab, Kollege? Alles fresh bei dir. Okay. Hey. Hört auf, hier zu spielen. Dieser Ort ist verflucht. Ihr könnt niemals ein Jackpot geben. Oh, mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott. Okay. Ich glaube, hier irgendwo. Sind sie. Okay. Wir müssen alle automatisch stören. Ah. Oben seht ihr. 16 Stück müssen wir zerstören. Ich frage ich's. Was ist jetzt, wenn wir mit dem Monster kommen? Dann haben wir ein Problem. Wie ist das hier Käse? Äh. Käse mit Mayonnaise. Okay. Dann würde ich sagen. Ähm. Let's go. Wir zerstören auch hier alles. Boom. Und wir gehen jetzt die Abmache um. Okay. Sehr, sehr, sehr gut. Wir zerstören diesen Auto. Oh. Oh. Ein Schalter kann dein ganzes Leben ändern. Okay, Freunde. Nee. Macht sowas. Auf jeden Fall. Niemals. Jetzt zerstört alles. Das ist Scam. Die Leute geben hier nur ohne sich ihr Geld aus. Bei den Random Friends. Okay. Können wir hier... Können wir irgendwas schon erraten? Können wir irgendwie den Coach knacken oder sowas? Sollen wir immer mal irgendwas ausprobieren? Ah. Schade. Hätte ja klappen können. Oh. Hier ist auch ein Automat. Okay. Aber bis jetzt hab ich noch nichts gesehen. Bis jetzt hab ich das neue Monster nicht gesehen. Ich meine, wir haben ein Ei. Gott. Wer bist du? Wir haben ein Ei. Und wir haben so einen Glücksradmonster. Wir brauchen noch einen Automaten. Äh. Wo ist der letzte Automat? Den wir auf jeden Fall zerstören müssen. Denn das... Und wir haben es geschafft. Ding. Ding. Oh. Hier ist sogar ein Wasserbrunnen oder sowas. Und alle spielen hier. Und denken, sie können den Jackpot gewinnen. Aber niemals. Niemals. Wenn dein Alter die Kreditkartennummer deiner Mutter wäre, was wäre sie? Brr. Die wollen alles gamben und die Kreditkartennummer bekommen. Großer Hauptsiegearbeit. Das Spiel ist jetzt gebannt. Oh. Sehr gut. Jetzt wird es dem CEO egal sein. Oh mein Gott. Lass uns dieses Schalter bestätigen und hier rauskommen. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. Wir kommen raus. Okay. Wir haben alles gefunden. Und wir müssen 18 Schalter finden, um das Spiel jetzt abzuschalten. Dass nie jemand dieses Spiel spielen wird. Okay. Da sind sie. Okay. Let's go. Let's go. Oh. Das Glücksrad ist hier. Es sagt schon. Oh. Komm. Dreh am Glücksrad. Ihr werdet gewinnen und reich. Aber das ist komplette Veräppelung hier. Hallo. Moin moin. Oh. Das ist das Glücksrad. Oh. Was war. Oh mein Gott. Ich kann hier nicht rausgucken. Ich seh nix. Ich seh nix. Oh. Hier ist so ne Linie. Wie bei den Rainbow Friends. Wie Orange. Ich glaub, er läuft an diese Linie, glaub ich, ab. Oder irgendwie sowas. Wie Tabine aufzuspielen, Mann. Du wirst hier nicht gewinnen. Und er so. Oh. Ich werd gewinnen, Senti, Mann. Okay. Aber. Was war das? Hä? Was? Ah? Ah? Was? Du bist gejagt? Was war das? Oh mein Gott. Was? Was? Nein. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Was war das? Freunde. Oh mein Gott. Wir haben am Glücksrad gedreht. Und hier irgendwo ist dieses Glücksradmonster. Da ist es. Ne. Das ist der Pappaufsteller. Bruh. Ah. Das ist ja wirklich. Da ist es wirklich. Oh mein Gott. Was war das? Holy. Da ist der. Okay. Wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt echt sehr gut aufpassen. Okay. Äh. Sieben Schalte müssen wir noch betätigen. Boah. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Oh nein. Sie sind aber hier überall. Ich habe bis jetzt nur diese zwei Motze gesehen. Schnell. 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 Oh mein Gott. Ist das laut. Oh nein. 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 Was? Ein Prozent Show zu gewinnen? Wir werden gejagt. Okay. Wir sind aber hier. Alles easy. Der Garten ist hier eigentlich. Oh mein Gott. Okay. Wir sind am Anfang. Oh nein. Wir sind in der Sackgasse. Wir müssen hier raus. Okay. Okay. Wir gehen nicht an den Spawn. Sechs Stück müssen wir doch finden. Okay. Alle sind am spielen. Hier ist auch ein Schalter. Okay. Der wurde betätigt. Freunde. Sind wir die einzigen? Okay. Was ist auch in den anderen? Wir müssen diesem gruseligen Ort entkommen. Okay. Ich glaube hier. Hier ist auch Schalter. Der wurde auch betätigt. Hier hat der Schalter auch betätigt. Okay. Ich glaube. Lass uns mal hier entlang. Market. Okay. Hier waren wir noch gar nicht. Glaube ich. Hier sind Klamotten. Hier sind wir safe. Hier sind wir safe. Was ist das? Hier können wir uns verstecken. Hä? Oh oh. Ja irgendwie schlecht. Wieder oben ist ein Schalter. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wieso kommt diese Musik? Als würde man verfolgt werden. Zack. Hier Schalter noch. Easy. Easy peasy. Bowling. Wir haben sogar Bowling bereits hier. Der ist ein Käse. Ja. Weil er sein ganzes Geld hier verzockt hat. Und alles verloren hat. Deswegen Freunde macht das auf jeden Fall niemals. Ein Zug an dein Leben verändert. Oh my god. Das ist wirklich. Oh my god. Wir dürfen jetzt nicht in dieser Linie stehen bleiben. Aber. Was wenn wir jetzt hier. Oh. Bleiben. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Oh gosh. Niemand hat das Spiel beendet. Dass niemand dieses Spiel beendet. Hier 1% Win und 99% Lose. Ich glaube das ist eher 0,0000001 Prozent zu gewinnen. Was? Ist das ein Fehler vom Spiel? Ist das ein CEO vom Spiel? Du bist also derjenige der Ärger verursacht. Du denkst du bist eine Elf? Ja ja ja. Du denkst du kannst mein Spiel ruinieren? Nein. Au. Das ist meine Welt. Das ist meine Welt. Und ich werde niemanden erlauben das zu nehmen. Jürgen. Wir sind echt die uncoolste Gang. Die es gibt. Oh my god. Was passiert? Was? Jürgen. Das war dein Schreibtisch, Kollege. Das ist ja auch nötig, die Szene. Jetzt sind eigentlich Schreibtisch zerstört. Aber was? Wir müssen jetzt gegen den CEO kämpfen? Um das Spiel zu beenden. Okay. Zeig was du drauf hast. Was ist das für ein verrücktes Spiel, Freunde? Oh my god. Jo. Er hat ihn weg. Jürgen. Jürgen. Er hat ihn weg. Oh my god. Das ist das Glücksrad. Und wir müssen jetzt, Freunde, den CEO erledigen. Damit wir das ganze Spiel beenden. Und er hat glücklich. Junge. Chill. Chill. Bro. Oh my god. Er dreht komplett durch. Er ist der CEO. Er hat den ganzen Leuten das Geld abgezogen, ja? Aber wie besiegen wir ihn jetzt? Okay. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wow. Junge. Er jützt alle weg. Junge. Was geht ab mit dir? Chicken. Nein. Das sind gar keine Chicken. Was ist das? Wie weiche ich dem Ganzen aus? Können wir das Ganze mal ausweichen? Oh. Wir müssen ihn zerstören. Ja. Sehr, sehr gut. Okay. Wir haben ihm Schaden gemacht. Aber er ist so stark. Er ist so ultra stark, Junge. Aber wir müssen scharfen. Das kommt schon. Wir werden es als Team scharfen. Junge. Wie weiche ich mit dem Ganzen aus? Nein. Bitte. Junge. Was soll ich tun? Was soll ich bitte tun? Oh. Junge. Ich renne. Oh. Junge. Jeet. Oh. 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 Shit. Nein. Nein. Au. Junge. Nein. Ich bin auf. Junge. Jetzt. Schäme. Was hat er gegen mich? Was hat er gegen mich? Ja. Oh. Junge. Nein. Junge. Nein. Ey. Wir sind gleich down. Können wir uns irgendwo den kaufen? Oh ne. Oh ne. Achtung. Wir müssen echt auffassen. Wir sind echt down. Okay. Wir regenerieren aber ein bisschen Leben. Jetzt. 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 Kommt auf mich. Jawoll. Jawoll. Sehr, sehr gut. Okay. Wir werden echt keinen Schaden bekommen. Ansonsten, Freunde. War's das. Und das Spiel wird niemals bandet. Aber. Das Gute wird immer gewinnen. Und nicht dieser reiche Typ da. Der alle gescannt hat. Schau mal. Der lebt sich in so einem Po-Haus-Gebäuse. Ich bin Legitier. Gib mir alle euer Geld. Ne. Chill, man. Nein. Bitte nicht wieder. Ich. Ich hab genug schon auf den Po gekommen. Nein. Oh. Kauf mich. Was? Was? Nein. 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 Oh mein Junge. Nein. Nein. Das ist nicht gut. Yo. Nein. Das ist auch ein Scam. Alles. Freunde. Wir müssen aufstehen. Schnell. Schnell. Oh. Wir dürfen jetzt nicht in die Nähe gehen. Das ist auch ein Scam. Schnell. 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 Berührt ihn. Ja. Der Typ. Bäm. Okay. Die Hälfte von seinem Leben ist weg. Die Hälfte von seinem Leben ist weg. Was ist das für ein Bossfight? Alter. Oh nein. Einer wurde erledigt. Ich bin der Letzte. Nein. Oh mein Gott. Wir müssen uns wiederbeleben. Wir haben uns jetzt ganz, ganz schnell hier wiederbeleben. Oh mein Gott. Zack. 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 Mit den Stein. Okay. Jetzt hab ich doch Geld ausgegeben. Juge. Juge. Ich werde wiederbeleben. Ich werde direkt gebetet. Es ist so unfair. Es ist so unfair. Aber wir müssen es probieren. Imzeit kommen. Okay. Okay. Jetzt. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Oh mein Gott. Oh nein. Wir dürfen keinen damage kassieren. Oh mein Gott. Jetzt. 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 Boom. Ja. Okay. Let's go. Let's go. Oh nein. Ja. Sehr, sehr gut. Okay. Noch ein letztes Maul oder sowas. Oh nein. Wir sind der Letzte. Okay. Da ist noch einer. Oh no. Oh no. Können wir uns zu verstecken oder? Ah. Wir können so dashen. Das merke ich erst jetzt. Ey yo. Oh nein. Da geht man nicht hin. Oh was? Es geht jetzt um. Oh mein Gott. Laser. Okay. 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 Zack. Okay. Oh. Es ist so hartfreundlich. Ich glaube das ist der schwierigste Bosskampf. Den ich jemals gemacht habe. Okay. In Robles. Ah. Wir müssen das Spiel abschalten jetzt. Ah. Wir können es nur wegdashen. Okay. Ich checke. Alle paar Sekunden. Wow. Das war kein Dash. Da wurden wir geheated. Oh nein. Nehmt ihr doch. Oh nein. Wow. Was? Was geht ab? Okay. Wir hieten immer weg. Ich glaube wir müssen uns immer wegdashen. Okay. Okay. Wenn er uns probiert zu erledigen. Jetzt. Okay. Hat ja super geklappt. Oh. Jetzt. 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 Zack. Zack. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Das letzte. Du wirst nur auf das berühren. Ich krieg's hin. Das ist das letzte. Let's go. Boom. Wir haben's geschafft. Das kann nicht wahr sein. Oh. Boom. Wow. Was? Hahaha. Hahaha. Was? Let's go. Ja. Ah ne. Hier. Du ab bist du. Ja. Wir haben ihn erledigt. Den CO. Und das Game abgeschafft. Oh mein Gott. Was war das Freunde. Das waren die Random Friends einfach. Was ein verrücktes Spiel Freunde. Like und schau mir nicht vergessen. Euer Bizarre Freunde. Sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin. Und辰撕. Tschüüü útil. Bis zum nächsten Mal.